Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen bei meiner Reise durch das Land der Verbanden. Hier in Conan Exiles. Jawohl. So. Unser Sklave ist ready. Den würde ich jetzt gerne mit euch hier aufsetzen. Den muss ich glaube ich hier und dann sieben und dann bedürmen. So, sein Schild kann er behalten, aber... So kann ich ihn nicht schneller entschmieden hier. Ah, nicht hier und die Rüstungsmacherei habe ich jetzt noch nicht aufgebaut. Egal. Ähm, ich glaube, dass ich hier alles gebunkert hatte. Genau. So, das kann der Gude schon mal alles haben. So. Das darf er alles haben. Ja, das Safari-Schwert kannst du wegtun, kriegst was besseres. Ach man. Ja, das muss ich gleich... Ach nee, das darfst du erstmal behalten, klar. Und, ähm... So, hier, die Keule darfst du haben. Oh. Dann trink doch einen Schluck, Mensch. So. Die darfst du haben. Dann darfst du das... 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 Bitte... Den hier und... Den darfst du auch noch haben. Siehst ein bisschen aus wie ich. So, dann können wir den Scheiß hier eben wegräumen. Das packe ich jetzt aber alles hier rein. Den Hammer, den bräuchte ich eigentlich nicht mitnehmen, ne? Ähm... Die Federn auch nicht. Ich habe mir noch Pfeile gemacht. Genau. Hier, nimm mal 200 mit. Das soll reichen. Sehr schön. Ähm... Wann hat der denn hier für Werte? Oh, 429. Der muss erstmal ein bisschen kämpfen lernen, bevor wir mit dem was anfangen können. Gut. Den nehme ich trotzdem mal mit. Du, folgen. So, komm. Kannst dich mal hier bei den Kroxis ein bisschen... Beweisen. Ach, lauf hin. Ich komme nach. Muss ja ein bisschen aufpassen, dass der Güte in mir nicht wegstirbt wieder, ne? So. Hä? So, komm. Ach, wisst du was? Ich habe noch eine Sache vergessen, ihm zu geben. Den hier. Genau. So, guter Mann. Ja, nehmen wir mal mit hier das gute Zeugs. So, wir müssen gucken, dass er jetzt noch nicht hier... Irgendwie... Den würde ich gerne erstmal noch hier lassen. Und mir erstmal alleine die Höhle da angucken. Achso, die Höhle angucken, genau. Ich habe hier eine Höhle entdeckt, das Degeneratengehege. Da würde ich gerne mal reingehen. Dann bin ich hier oben schon mal gewesen. Bin hier so ein bisschen rumgerannt, habe ein bisschen was gesammelt. Bin hier... Das Südatqueduct habe ich entdeckt. Hier ist so ein Riesenkrokodil, aber wieder so eins, wie wir in der gestrigen Folge gemacht hatten und nicht geschafft haben. Ähm... Ja, hier ist nochmal so eine Spinnenhöhle gewesen. Genau. Wir sind jetzt hier. Das Zeugenlager haben wir ja gerade erst. So, ich muss jetzt mal gucken. Ich wollte in diese Höhle, aber auf diesem Weg hier hin ist noch so ein Einserboss. Also so ein Boss mit einem Totenkopf, ne? Wann haben wir denn an deinen Werten jetzt erreicht dadurch? Ah ja, guck mal, ey. Leben ist aber gut hochgegangen hier. Krass. So, komm mal mit. Ich würde dich dennoch gerne erstmal hier zur Bewachung abstellen. Ja, da habe ich ein bisschen zu viel Angst, dass ich dich jetzt verliere. So, wo ist er? Hallo? Wo ist der Kollege? Da. So, du bleibst mal hier. Und hältst mal Wache. Und ich gehe mal da gucken. Oh, die könnte ich nochmal eben reparieren. Wartet mal. Ja, sehe ich es gerade, bevor ich gleich da stehe und habe nichts. So, reparieren mal das gute Stück hier. Alles geben, was? Äh, was? Oh. Jetzt habe ich das hier ganz doof gemacht, ne? Nicht, dass der mir hier jetzt alles einschmelzt. So, nicht alles geben. Du solltest das Ding hier nur reparieren. Hier. Sehr gut. Das kann wieder hier rein, ja. Das, da fahre ich schwer. Lassen wir erstmal. So, habe ich jetzt noch irgendwas, was ich ablegen kann? Jawohl, ja, die. Und das. Boah, der macht eh noch was. So, dann gehen wir jetzt aber los. Habe alles soweit fertig, dass es repariert. Die Sichel, ja, muss jetzt nicht repariert sein. So, die Messer. Gut, dann lass mal los. So, das Krokodil ist gar nicht soweit. Ich weiß ja auch gar nicht, ob es jetzt noch da ist. Nach dem Sammeln habe ich natürlich neu eingeloggt. Ähm, genau, hier. Battle Pass technisch. Haben wir hier noch eine Herausforderung, da Fahri-Stämme besiegen, Kohle ernten. Und Beutetiere besiegen. Da kommen auch noch welche. Leuchtschleim sammeln. Da muss ich nochmal gucken, wo kriegt man den denn weg? Den Leuchtschleim, den guten. Aber ich will ja auch mal hier Battle Pass technisch ein bisschen gucken. Was seid ihr? Zu dritt? Ja, das geht ja noch. Na, komm mal her. Ach, nimm doch mal eine Waffe, du Idiot. Habe ich jetzt einen scheiß Blutungsschaden oder was? Anscheinend. Und wieder Ausdauerkämpfen. So, tot, tot. Na gut, der eine ist noch nicht tot. Der braucht aber auch nur noch diesen einen Schlag hier. So. Ach ja. So, und ich will allein in diese Höhle, ne? Da brauche ich nochmal ein bisschen, äh, Pflanzenfasern und... Weiß ich gar nicht mehr. So, und das eine Krokodil... ...war da vorne mit bei. Ist halt die gute Frage, ob es da noch bei ist, ne? Da hätte ich jetzt schon gerne, dass nur eins kommt. Komm, du da. Ja, jetzt habe ich sie doch wieder alle drei am Hals, ne? Aber anscheinend ist das Boss Krokodil auch gar nicht dabei. Ja. Ey. Auf wie ich das hasse, ne? Wenn ich an die falsche Taste immer komme. So. So. So, ich hatte gehofft, dass das Krokodil hier nochmal ist. Shit, so wie der andere Boss. Der war ja auch nach dem Einloggen noch da. So. Ich meine ja auch nur, dass das hier irgendwo war. Ganz sicher bin ich mir da jetzt nicht mehr. Vielleicht war es doch noch woanders. Genau, aber... Hä? Genau, aber hier ist die... ...höhle. Ja, komm, stirb. Ah, da oben sind noch welche. So. Genau, und das Krokodil war hier relativ an der Höhle. Vielleicht auch ein Stück weiter da runter gucken wir gleich. Jetzt würde ich sagen, gehen wir erstmal in die Höhle rein hier. Äh, Fackel nicht repariert. Na toll. Ah, fehlt wieder alles hier, ne? Ja, ja, alles andere kann ja raus. Noch ein bisschen Holz hier. So, hier weg. 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 Nimm mal noch ein paar Pflanzenfasern mit. Warum mach ich das eigentlich nicht mit der Sichel? Dann hab ich doch gleich ein paar mehr. So, dann noch einen so einen Busch mitgenommen hier und gut ist. So, dann reicht der Bach. So, dann kann das wieder raus. Äh. Bienenkönnen raus. Ich hab übrigens auch noch eine Bienenkönigin zu Hause. Wo war sie denn jetzt, die Höhle? Hä? Bin ich jetzt doof? Die war doch hier. Jetzt sag mal. Hm? Bin ich nicht richtig? Doch. Hier vorne muss sie dann irgendwo sein. Ach, jetzt geh ich schon im falschen Eingang rein hier. 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 Mein Gott. So, hallo. Oh, den wollte ich gar nicht trinken. Ja, Leder braucht man hier ja doch zuhauf, ne? Na, kommt's. Hast du mich getroffen? Gibt's ja wohl nicht. So, ähm, hier. Spitze Hacke. Ne. Hier. Kristall. Ach so. Haarkristall hab ich doch, ne? Nimm ein bisschen was mit. Ich hatte ja eher die Hoffnung, hier ein bisschen Schwefel finden zu können. Aber anscheinend nicht. Ein bisschen Kristall können wir ja mitnehmen. Irgendwofür wird's noch gut sein, ne? Ja, mal gucken, was es hier sonst noch so gibt. Irgendwas wird hier drin ja noch sein. Ach, du ahnst es nicht. So. So. Die Jungs sind ja noch easy. Ich weiß gar nicht, was mich hier drin so erwartet. So. Bisschen aufs Gewicht achten, ne? Hä? Habe ich jetzt hier eigentlich alle? Nö, anscheinend nicht. Da ist noch einer. So. Also schon wieder ordentlich Tierhaut hier, ne? Hier gibt es auf jeden Fall viel Kristall. Ah, hier geht es nicht rein, ne? Ne. Wie, das war es hier? Mehr ist hier nicht. Nicht mal irgendwie eine Kiste oder sowas. Nur jede Menge Kristall. Ah, hier. Hier kam ich rein, oder? Ja. Ist gar nichts mehr. Oh. Komm, nimm ein bisschen Kristall noch mit. Manchmal hat das aber auch schwer hier, ne? So. Ich hätte mir ja gewünscht, hier wäre ein bisschen mehr. Aber gut, dann nicht. War halt nur eine kleine Höhle. Eine leichte. Ist aber okay, ne? Ne, hier liegt nichts anderes rum. Ach ja, Jungs. Es tut mir leid. Oder auch nicht. So, jetzt will ich mal eben gucken, ob ich das Boss-Krokodil doch nochmal wieder finde hier. Äh. Für den Kollegen nehmen wir die Messer. So, tot. Wir müssen noch Wildtiere, ne? Hier, Beutetiere jagen. Wo ist denn mein Bogen? Da. Keine Pfeile, labernit. So, kriegen wir es. Wir können ruhig mal umkippen, du. Ja. Schitte. Ja, zu weit weg. Wo ist denn das andere Beutetier hier gelandet? Gut, question. Next question. Kann ich ja besser aus der Nähe mit den Messern machen, ehrlich. Ja, jetzt muss ich das wieder so rum machen. Na, ohne Flax, ey. Ja, da sind wieder viele Krokodile, aber das ist nicht das Einsack-Krokodil, was ich meinte. Nö. Wieso hast du denn jetzt die Messer nicht ausgerüstet? So, das geht doch viel schneller. Und ich finde es wieder. Ja, ich wollte ja hier rum bis zu dieser komischen Hand oder die schwarze Hand finden. Aber dann habe ich gemerkt, ups, du läufst in der falsche Richtung, du musst hier oben hin, ne? Da habe ich ja mal bis dahin, habe ich auch kein Lager von der schwarzen Hand entdeckt. Ne, leider nein. Aber wir müssen noch Kohle sammeln, stand hier noch im Plan, ne? Was ist denn hier oben? Habe ich auch noch nicht geguckt. Nur mal gucken. Nichts machen, nur gucken. Hier gibt es eine ganz schöne Menge an Gebäuden und so. Ihh. Die namenlose Stadt. Ja, da gehen wir aber jetzt noch nicht hin. Ah, Reiseschritt abgeschlossen. Erkunde die namenlose Stadt. Hm. Völlig unbeabsichtigt. Aber ich sehe schon irgendwie. Hier scheint sich irgendwie Verderbnis auszubreiten oder so. Ja. So, nun bin ich nämlich genauso schlau wie vorher. Die Höhle war ja jetzt nix. Ich hätte gerne schon so ein Lager der schwarzen Hand gehabt. Da ist irgendein Lager. Aber... Aber... Äh. Also. Ihr seid da Faris, oder? Da sind Krockis. Da sind Kroxis. Da ist ein Lager. Da ist ein Lager. Aber du musst dich genau in dem Augenblick bewegen, ne? Ja, aber da fahre ich halt, ne? Aber der ist alleine. Und nur ein Einser. Aber du könntest dich jetzt mal wehren, Junge. So. Upsa. Upsa. Oh, da fahre ich Stämme besiegen. Na komm, Feuersteinfeil kannst du auch mitnehmen. So, dann schieß mal den nächsten. Bis der sich mal bewegt, ne? Ist schon ein bisschen gemein. Hey. All die Krokodile im Auge. So. Dann holen wir uns den Rest hier, oder? Fleischreißerfälle. Aha. Ah ja. Du musst die Olle schon treffen. Kannst du erst mal zielen und dann schießen. Oh. Ja, jetzt kannst du doch mal eben hier ein bisschen Pause. Oh, ha. Oh, shit, 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 shit. Nein, 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 nein. Trink erst mal was. Ey, keine Chance jetzt hier. Kann jetzt nicht drum kümmern. Oh, shit. Von wegen, dass Wasser ist hier. So. Ja, den Träger hätte ich ja gern gehabt, ne? Shit, ey. So, da liegt noch was. Das kann ich doch. Ah, der hat... Ey, was nicht da? Dann nimm das. So, und da oben müsste noch einer sein. Also die Bogenschützin müsste ja noch hier sein. Was ist denn noch einer? Hallo? Wo ist denn der? Ja. Wo war denn der? Da! Da! Ich treff dich, du mich, mich. So ist das Spiel. Oh, Mann. Hä? Das ist nur Schönes hier. Ey. Das nehme ich und das nehme ich. Ach, Quatsch. Und die Pfeile auch, natürlich. So, da hinten ist noch einer. Ach, dein Magen knurrt ja Essen. Junge, Essen. Ja, nur die Pfeile, nur die Pfeile. Du hast nur sowas. Ach, Ker, was machst du denn da? Äh, das ist mal mehr als doof so. Natürlich bewegst du dich genau dann, wenn ich schieße. Ach, leck mich doch an der Fott. Ach, Mist. Oh, warte, 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 warte. Dem will ich anders. Ach, nein, 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 nein. Du sollst mir jetzt hier aus dem Weg gehen, Junge. Der hat doch so ein goldenes Zeichen. Jetzt geh doch erstmal wieder hoch, 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 hier hinter. Und rüste dich damit aus. Nimm nochmal das. Ah, ich hab kein Sklaven-Ding. Scheiße. Das kann dich aber hier bauen, ne? Dann stell schon mal eins her. So, und jetzt mit der Keule hier. Oh, 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 oh. Sorschot-Augensucher. Scheiße. Nee, das wird mit der Keule nix hier mit dem. Scheiße. Ah, der wäre wohl gut gewesen. Naja, komm. Dann suchen wir mal dieses Lager hier durch. Ja, Glas nehme ich nur mit. Den Rest behalt. Kein Bock, so viel zu schleppen. Sorschot-Augensucher. Ja, ja. Hier ist irgendwie nix brauchbares. Ja, die Schädel, die nehme ich gerne mit, wenn ich die verkaufen kann. Naja, hier ist gar nix, ne? Naja, haben wir denn die Forderung hier fertig? Jawoll. Ah, wie viel fehlen dann noch? Ah, noch ein bisschen was, ne? Ähm, ja, das machen wir alles gleich. Oh, obwohl, die Runde ist auch eigentlich schon wieder um, ne? Hier gibt's also gar nix so schönes. Hier ist auch nicht eine Kiste mehr, ne? War wirklich nur die eine da? Oh, langweilig. So ein Schut-Augensucher. Wo ist denn nur der Bogen hier? Da. Warum machst du das nicht so? Du bist ein ganz normales, Kroxi. Ach, langweilig. Ja. Ach. Ach, komm. Ach, jetzt leck mich doch bald deinen Arsch hier. Ey, warum, warum packst du denn die Waffe weg, du Vollidiot? Ne? So, Ruhe jetzt hier. Wo ist er? So, Schutt. Ist er tot? So, Schutt-Augensucher. Oh. Ich hab ein Blatt gemacht. Nicht mal gemerkt. Was ist das? Samensuppe. Ja, den Rest darfst du auch behalten. Gut. Dann reicht mir das hier. Ja, dann gehe ich jetzt Richtung nach Hause. Hm, ich hab dich ausgenommen. Ich geh jetzt Richtung Heimat. Und ähm, wir sehen uns morgen hier wieder, wenn es in die andere Richtung geht und wir ein schwarzer Handlager suchen wollen. Und ja, ich mach sofort Feierabend hier, wenn der hier kaputt ist. So. What? Da kommt noch eins. Na komm. Ah. Zart an Ende. So, ich will jetzt aber auch nichts mehr mitschleppen hier. Das gucken wir uns morgen an. Ähm, 680 Kristall. Krass. Äh, ja. Ja, ähm, ich hoffe, euch hat die Runde heute gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn euch interessiert, wie die Reise auf diesem Kanal hier weiter geht, abonniert ihn euch. Lasst mir gerne auch eure Kommentare da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao.